Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. So wie die Weltenwandler zwischen den Welten, wandeln wir heute zwischen den Sprachen hin und her in einer Polyglotten-Folge. In dieser Folge geht's nicht um Slingen irgendwelcher Spells oder das Gaining von irgendwelchem Life. Heute triggern wir ein Topic, das einen ganzen Overload an Stuff auf den Stack packt. Was die einen lieben, ist den meisten egal und trotzdem vielen verhasst. Heute geht es um Freud und Leid von übersetzten Magic-Karten. Los geht's! Hallo Martin. Hallo Geis. Es ist schön, dich zu hören. Hallo. Oh, wie deine Stimme klingt. Toll. Ja. Frisch aus Kaltheim. Ganz frisch. Frisch vereist. Jetzt sind wir immer noch nicht durch mit den Kaltheim-Wortspielen. Nee, aber wir haben jetzt eine kleine Pause eingelegt und haben heute mal ein Thema dazwischen geschoben, bevor dann schon wieder das nächste Set im Anmarsch ist. Schlag auf Schlag. Genau, und da geht's jetzt um die Sprache. Ja, Mann. Das ist ein Thema, was wir von Anfang an machen wollten, uns aber auch bisher nicht so richtig herangetraut haben, weil es ein riesiges Thema ist und es wird von uns heute auch ganz professionell nur gestreift. Damit wir es auch irgendwann nochmal auf den Tisch holen können. Ja, damit ihr noch genügend hinzufügen könnt zu den ganzen Sachen, die wir vergessen. Denn ich weiß, es ist etwas, was euch beschäftigt und euch auch irgendwie zwangsläufig beschäftigt. Und darüber werden wir sprechen. Aber genau vorher? Vorher gibt es natürlich leckere Vorspeisen, passend zum Thema der Folge. Und als erstes gibt es Ameisen auf dem Klotz. Nie gehört. Ameisen auf dem Klotz, das ist eine britische Vorspeise. Das sind so Rosinen auf so einem Teig, auf so einer Teigrolle. Ach so. Ja, die Gerichte drehen sich heute alle so ein bisschen drum, wie sie … Ants on a stick. Genau, Ants on a log. On a log, natürlich. Sonst wäre es ja Ameisen auf dem Stock. Genau. Und ja, das sind alles britische Gerichte, die es heute gibt, die, wenn man es ins Deutsch übersetzt, ganz albern klingen. Aber ich glaube für den Engländer und die Engländerin auch. Auch? Also so, wie wenn man deutsche Gerichte ins Englisch übersetzen würde. Ja, aber ich meine, Ants on a log. Also, wenn man das zum ersten Mal hört als britisches Kind, dann denkt man ja auch … Gut, ich würde dann die Ameisen runtersammeln. Nicht, weil ich Ameisen nicht mag, sondern weil ich Rosinen nicht mag. Weil du Rosinen magst, ja genau. Ja, was haben wir für die Vorspeise? Eigentlich nur ein ganz kurzer Hinweis auf die vielen, vielen Features, die unser Podcast bietet, wenn ihr ihn nicht bei Spotify hört. Da haben wir scherzhaft schon mal bei der Adventskalender-Folge drauf hingewiesen. Machen Sie jetzt aber nochmal halbscherzhaft. Denn tatsächlich gibt es so ein paar Features, die Podcast-Feeds anbieten und die auch unser Podcast-Feed anbietet, die Spotify nicht unterstützt. Und dazu gehören unter anderem Kapitelbilder. Das machen wir zum Beispiel in den Folgen, wo wir die Set-Reviews machen, also über die neuen Sets sprechen und unsere Preise verleihen. Da gibt es zu jeder Preiskategorie das passende Bild dazu von der Karte. Das werden wir aber auch heute machen einfach, dass ihr es direkt ausprobieren könnt. Genau. Wir besprechen dann noch, während wir sprechen, wo wir das machen, weil wir haben viele, viele Rubriken. Aber ihr seht dann auf eurem Abspielgerät, also Smartphone in der Regel, bei jedem Kapitel dann ein passendes Bild. Das bieten wir an. Wenn ihr das Ganze im Web hört, habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, lustige Transkriptionen zu lesen, die auch so ein bisschen passend zur heutigen Folge. Denn wir lassen tatsächlich jede Folge transkribieren automatisch und passen die eigentlich auch nur mit Geis-Namen am Anfang einmal an. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute öfter angepasst werden müsste, aber das funktioniert tatsächlich besser, als man denkt. Genau. Und es bietet den Vorteil, dass ihr einerseits mitlesen könnt, was wir sprechen. Und andererseits könnt ihr aber auch, wenn ihr sagt, in der Folge, da haben die beiden doch über Kaltheim gesprochen und da im Besonderen über diese Karte, ich weiß noch nicht mehr wo, dann könnt ihr tatsächlich im Suchfeld beim Player auf der Website nach Begriffen und Wörtern suchen und findet dann direkt die Stelle im Podcast und springt dann auch direkt beim Anhören an die Stelle, wo wir das sagen. Oder ihr wolltet uns schon immer mal vorhalten, wie oft wir den Namen Sepp McKinnon erwähnen, könnt ihr einfach durchsuchen und uns vorhalten. Oder wie oft wir auch genau sagen, wenn es in ein neues Thema reingeht. Richtig. Richtig. Ja. Genau, das ist ein schönes Feature. Und ja, was haben wir noch, Geis? Naja, dass wir die Sachen dann auch zu YouTube spiegeln. Da kann man die dann auch sehen mit Transkriptionen und den Kapitelbildern. Also wir sind keine wirklichen YouTuber. Vielleicht hauen wir da mal irgendwann einen visuell spannenden Content raus. Aber ich weiß, dass einige über YouTube Music beispielsweise auch Podcasts über YouTube hören. Und das könnt ihr auch bei uns tun. Probiert es gerne mal aus. Auf der Website findet ihr den Abonnieren-Knopf. Da findet ihr den Player. Und dann könnt ihr das entweder direkt auf der Website hören oder auf eurem Smartphone abonnieren. und habt dann tolle neue Features, die über Titel und Untertitel hinausgehen, was eben bei Spotify und den anderen, ja, Plattformen angeboten wird. Denn der freie Podcast-Feed bietet ein bisschen mehr. So. So, ich bin mit meinem Baumstamm fertig. Willst du meine Ameisen noch? Nee, ich hab noch ein bisschen was zurückbehalten, weil als nächstes gibt's nämlich Frosch im Loch. Okay. 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 Frosch im Loch ist einfach... Was hat's damit auf sich? Ist Würstchen im Schlafrock. Was auch albern klingt, aber... Ja, das ist... Also, das ist so ein Teig aus... Frog in the Hole. Nee, wie nennen die das? Frog in the Hole, ja. Hä? Das sind halt... Würstchen... Gut, aber man sagt ja auch manchmal im Schlafmantel. Ist ja auch Quatsch, ne? Ist alles Quatsch. Weil Würstchen ziehen ja keinen Schlafmantel an. Aber man kann ja auch Pflaumen im Schlafmantel machen. Das ist ja meistens, wenn's mit einem Schlafmantel ist, wenn's mit Speck umwickelt ist, oder? Je nach Region. Du kannst ja auch Pflaumen im Loch machen. Gut, also... Das ist immer schon ein bisschen Thema. Lass mich mal elegant überleiten. Nämlich mit dem einen aufzuhören zu sprechen, mit dem anderen anzufangen. Nämlich sprechen wir heute über Übersetzungen von Magic-Karten. Warum machen wir das eigentlich? Ihr wisst ja, dass wir, wenn ein neues Set rauskommt, auch immer die beste Übersetzung küren und die schlechteste Übersetzung. Denn das ist tatsächlich etwas, was uns beschäftigt. Denn irgendwie, ne? Man ist ja auch hin und wieder mal gezwungen. Man kriegt... Man kauft sich Karten. Man merkt, die in einer bestimmten Sprache sind sie preiswerter. Holt die sich keiner auf Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch. Und wir spielen natürlich auch mit englischen Karten und benutzen ganz, ganz viele englische Begriffe. Ob wir wollen oder nicht. Irgendwie rutscht uns das ständig durch. Selbst wenn man... Könnt ihr es gerne mal probieren. Bemüht euch mal, ein Magic-Spiel lang nur deutsche Begriffe für die... Deutsche adäquate Begriffe für die... Ja, für das Spiel zu benutzen. Oder ausschließlich Englische. Ist genauso schwierig, finde ich. Wir haben ja mal geguckt, in wie vielen Sprachen das überhaupt verfügbar ist, das Spielen. Du hast gerade schon ein paar aufgezählt. Du hast recherchiert. Es sind insgesamt elf Sprachen aktuell. Genau. Elf offizielle, echte, richtige Sprachen. Plus einige Karten in Phyrexianisch. Jetzt ist ja gerade eine neue hinzugekommen. Ja, Borentlex. Und es gibt noch einzelne Prints. So ein paar Promokarten in Latein, Altgriechisch, Sanskrit, Arabisch und Hebräisch. Und es gibt noch eine Karte in Anhinscht. Latin Pig. Diese Karte werdet ihr bei Scrifer nicht unter Latin Pig finden, denn die ist in Pig Latin geschrieben. Und Pig Latin, die, wie hat mein Vater immer gesagt, die verbuchselt die Wexstaben. Ja. Und es heißt dann Ettenley Igpey. Also der Anfangsbuchstabe wird hinten rangehangen und dann wird noch ein A hinten rangesetzt. Das mit jedem einzelnen Wort. Also gibt es da Ettenley Igpey. Und das ist auch noch eine Sprache. So, die sollte der Vollständigkeit halber nicht fehlen. Ja, Magic ist ein Spiel, was coolerweise in sehr, sehr, sehr viele Sprachen übersetzt wird. Und nicht immer und nicht alles wird in jede Sprache übersetzt. Aber es ist ein gewisser Luxus, dass wir eine Sprache sprechen, in die Magic übersetzt wird. So geht es nicht allen, eben nur elf Sprachregionen. Und da tun wir uns natürlich auch ein bisschen leichter, weil wirklich sehr, sehr viel Sprache zum Einsatz kommt, wenn man Magic spielt. Also die Regeln sind A sehr komplex, also allein die Grundregeln zu verstehen. Und wenn man das in der eigenen Sprache macht, ist es natürlich sehr viel einfacher. Aber es sind dann auch natürlich noch sehr viele Wörter und Sätze und Begriffe auf den Karten zusätzlich zu den Regeln, die eigentlich per se gelten. Und da tut man sich natürlich leichter, wenn man das versteht, was da geschrieben steht. Und auch bei den neuen Karten gleichen Zugang dazu findet, was da steht. Ja, du bist gezwungen, Magic ist ein Regelspiel. Ja, es gibt Grundregeln und jede einzelne Karte verändert diese Regeln. Nicht jede einzelne Karte, aber viele, ne, können diese Regeln verändern. Und das heißt, wir sind immer wieder als SpielerInnen gezwungen, miteinander über diese Regeln zu kommunizieren und zu erklären, was ist denn ein Proliferate? So, und dann fängt irgendjemand an, was von Wucherung zu sprechen. Und schon gibt es womöglich ein, genau, ein sprachliches Problem. Oder verschafft eben einen leichteren sprachlichen Zugang, weil man sich vielleicht unter, um bei dem Beispiel Proliferate zu bleiben, was im Deutschen Wucherung heißt, weil man vielleicht unter Wucherung sich das viel leichter merken kann, weiß, ah, da kommen Wucherts-Counter sozusagen, also, ne, Counter ist ja auch wieder ein englisches Wort, Marken, Plus-Eins-Plus-Eins-Marken, Erfahrungsmarken, welche Marken auch immer. Und, ähm, ja, manchmal lassen sich Regeln leichter merken, wenn man die in der eigenen Sprache spricht. Aber ich finde, die machen oftmals auch die Geschichte und den Flavor von bestimmten Karten zugänglicher. Und du musst ja auch Sachen benennen, wenn du sie spielst. Es sei denn, du bist jetzt in der Top-8 der Pro-Tour, wo die dann tatsächlich einfach nur auf die Karten deuten, wenn sie sie spielen. Und jeder schon weiß, was passiert. Aber es ist eben nicht so wie beim Schach, dass du quasi durch deine Handlungen schon suggerierst, was passiert. Sondern du sagst ja tatsächlich, ich spiele die Karte so und so. Ich spiele jetzt eben diese Karte, die hat Wucherung 2. Und allein dadurch, dass du einen Begriff brauchst, um das zu benennen, was du jetzt gerade tust, tust es sich natürlich leichter, wenn du die Begriffe kennst und dein Gegenüber die Begriffe auch kennt. Diese Folge soll gar nicht so eine Folge werden, wo wir uns über diese Übersetzungen aufregen. Ich glaube, man neigt schnell mal dazu zu sagen, ja, komm, hör mir auf. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe, Karten in verschiedenen Sprachen zu spielen. Wir leben ja quasi so ein bisschen in der Welt. Wir verstehen sehr gut Englisch. Ich glaube, fast alle von uns und bestimmt auch alle, die zuhören. Und wir sprechen natürlich Deutsch. Ich denke mal, ihr sprecht auch Deutsch, sonst würdet ihr uns vermutlich nicht zuhören. Also wir leben irgendwie so in einer Welt zwischendrin. Und ich habe einen kleinen Test vorbereitet, Martin, bevor wir weitersprechen. Und würde das jetzt einfach mal auf dich loslassen. Ich sage dir jetzt ein paar englische Begriffe und du sagst mir einfach, wie die deutsche Übersetzung dafür ist. Also nicht nur Begriffe, es sind auch so Phrasen. Okay, ausmännlich. Eigentlich nicht schwer. Alles, kennst du, kennst du alles. Aber, ja, genau, wenn man sich so, manchmal ist es schwierig, wenn man sich so darüber bewusst wird. Oder sich das mal eins zu eins fragt. Könnt ihr sehr gern mitmachen. Geht leicht los. Also, wenn du gerade aufgepasst hast. Proliferate. Wucherung. Oder Wucher. Wucherung. Nee, Wucherung. Wucherung. Genauso wie Fortell hatten wir gerade. Fortell. Vorherbestimm. Vorherbestimmung. Oh, okay, vorherbestimmung. Genau, das sind so Kleinigkeiten. Haste. Eile. Scry. Scry. Äh, Hellsicht. Hellsicht. Schönes Wort, ne? Hellsicht. Auch nie gehört davon. So. Changeling. Wandelwicht. Ja, genau, ne? Ist uns gerade noch präsent durch Kaltheim. Hätte ich dir aber vor Kaltheim auch nicht aus dem Stickreif sagen können. Target Creature. Kreatur deiner Wahl. Ja, eine Kreatur deiner Wahl. Ganz früher war das mal eine Zielkreatur. Ah, das habe ich auch gelesen in der Vorbereitung. Zielkreatur, stimmt. Ne, man merkt schon, nicht nur die, die Sprache, die englische Sprache, die englische Regelsprache entwickelt sich weiter, auch die Übersetzung entwickelt sich weiter. Habe ich gleich noch ein Beispiel. Früher hieß ja auch Magic the Gathering wurde übersetzt in Magic die Zusammenkunft. Kennen sicherlich, ganz sicher diejenigen, die schon lange spielen. Snow Enchantment. Ähm, verschneite Verzauberung. Ja, genau, die verschneite Verzauberung. Schön, ne? Äh, jetzt, ähm, kommt eine neue, eine neue englische Wendung. Create a Token. Ähm, erzeuge einen Spielstein. Richtig, ja. Ich habe immer im Kopf, erschaffe einen Spielstein, ne? Dieses Create ist für mich immer so ein Erschaffen, aber es ist Erzeuge einen Spielstein. Dann, ähm, permanent. Bleibende Karte. Mhm, genau. Ähm, dann habe ich hier mal einen Kreaturentypen zwischen Reihen, warum auch immer. Der ist mir, glaube ich, gestern so ein bisschen Hirnpups-mäßig eingefallen. Lord. Oh, ähm. Ist ein Kreaturentyp. Ist ein Kreaturentyp? Ja, ist ein Kreaturentyp. Ähm, achso, ähm, ne, weiß ich nicht. Herrscher. Herrscher, okay, oh, okay. Jetzt wird's tricky. Ähm, ich, und zwar sage ich dir jetzt die deutsche Bezeichnung und du sagst mir, was die englische ist. Ja, okay. Kommt ins Spiel. Ähm, Enters the Battlefield. Enters the Battlefield, ja. Wusstest du, dass bis 2008, es im Englischen hieß, Comes into Play? Nee, also ich hätte gedacht, das wäre früher zu Ende gewesen. Ja, genau. Man hat das irgendwann geändert. Es hieß Comes into Play. Ich hab da den, ähm, Gravedigger, den Totengräber auf dem Schirm. Ähm, denn der macht genau, wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur vom Friedhof zurück auf deine Hand bringen. Und, äh, da kann man so schön, weil der so ganz oft, ähm, gedruckt wurde, kann man so schön ablesen, wann's diesen, wann's diesen Wechsel gab. Und, ähm, ich hab irgendwo gelesen, dass es wahrscheinlich eine Verwirrung gab, weil Play im Englischen als alleinstehendes Wort, also eine Doppelbedeutung hat, ne, für Spiel und Spielen. Und im Deutschen eben, das, äh, kommt ins Spiel und etwas ausspielen sieht allein schon vom Wortbild her anders aus. Deswegen wurde es im Deutschen nie geändert. Man hat im Deutschen nie das, das Schlaffeld ausgemacht oder so. Ah, das stimmt, da ist es so geblieben, richtig, ja, stimmt. Ja, 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 klar. Ganz witzig, ne, also, ähm, da ist quasi noch so ein Relikt aus einer alten englischen Sprache da. Ähm, genau, und das Witzige ist ja, dass sich ja, obwohl es erst, erst, in Anführungsstrichen, seit 2008 ist, hat sich ja schon die Redewendung des Endes der Battlefield, der ETB-Effekt, auch schon total eingebürgert, ne. Und das benutzt man ja auch im Deutschen, ne, das, hier, der ETB ist tralala. Der KIS-Effekt. Ja, KIS, genau. Ähm, ja, das war's schon, das war's schon. Okay. Gibt's ganz, ganz, gibt's ganz, ganz viele. Können wir bestimmt irgendwann nochmal, äh, weiter... Mir war nicht klar, dass Lord tatsächlich ein Kreaturen-Typ ist. Ja. Wie viele Karten gibt's denn mit Lord? Okay. Ein paar, ein paar. Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja tatsächlich, weil du gesagt hast, wir leben in beiden Welten, ich bin ja tatsächlich zuerst mit englischen Karten in Berührung gekommen. Und andererseits kommt man auch mit jedem neuen Set, also ich zumindest, auch immer zuerst mit englischen Karten in Berührung, weil, ja, vieler Content und die ersten Spoiler und, ja, die kommen ja natürlich auf Englisch raus oder erscheinen auf englischen Seiten. Und was ich mir halt immer in Vorbereitung auch anhöre für so ein neues Set, sind eben die Set-Reviews von Limited Resources, wo die wirklich jede einzelne Karte durchgehen, dann den englischen Namen dazu sagen. Und meistens ist es dann noch nicht so weit, dass es da zugleich die deutschen Spoiler dazu gibt, wo du parallel gucken kannst. Und deswegen tut man sich dann immer so ein bisschen schwer zum Pre-Release, wenn man dann in dem Laden, wo wir immer spielen, das deutsche Pre-Release-Pack kriegt und dann 85 neue Karten sieht, die man noch nie gesehen hat, wobei man vorhin acht Stunden Content schon mal konsumiert hat. Ja, da hast du recht, da sind viele so ein bisschen gezwungen und nehmen so zähneknirschend das so hin, die sonst nur englische Karten spielen und sind dann gezwungen, sich mit den deutschen Karten zu beschäftigen. Kenne ich von einigen, die das überhaupt nicht so richtig mögen, mit übersetzten Karten zu spielen. Ja, da gibt es ja auch irgendwie so ganz unterschiedliche Beweggründe, mit übersetzten Karten zu spielen. Zum Beispiel Sammler, die wollen ja einfach ein einheitliches Bild in ihrer Sammlung haben. Und weil es halt nur manche Karten übersetzt gibt, beziehungsweise alle Karten in Englisch, dann greifen die natürlich oftmals auf die englischen Karten zurück. Wobei wir in Europa natürlich dann den Vorteil haben, dass wir, ja, vielleicht auch durch Schulbildung oder Volkshochschulkurse einfach auch im direkten Umfeld um uns rum einfach auch Länder haben, die auch Sprachen haben, in denen Magic vorhanden ist. Und wenn wir Karten kaufen, dann einfach auch auf ein größeres Angebot zugreifen können und im besten Fall auch verstehen, was das für Sprachen sind. Ja, es ist wirklich eine fast unüberschaubare Welt. Aber wenn ich dann mal so eine asiatisch übersetzte Karte in der Hand habe, die fühlt sich schon ziemlich special an, ne? Die kriegt man selten irgendwie in die Finger. Es sei denn, man sucht konkret danach. Man kauft die konkret irgendwie auf dem Sekundärmarkt. Und wenn dir jemand spielt, dann muss man ihm schon glauben, dass er weiß, was die macht, wenn es jetzt eine super alte Karte ist, von der ich jetzt auch nicht, die ich auch noch nicht so oft gesehen habe. Dann sagt er, ja, das ist die Karte, die macht das und das. Ja, im Spiel kann das durchaus, ne? Gerade wenn man irgendwie kyrillische Schriftzeichen hat oder so, Probleme mit sich bringen. Von der Smotering Deid, die ich gekauft habe. Auf Russisch habe ich schon ab und zu mal erzählt. Ich muss selber immer wieder nachschauen, was Smotering Deid macht. Habe ich gestern wieder gespielt, war so gut. Ja. Wir heißen ja, unser Podcast heißt ja Tasty MTG. Und ich sage ja immer so salopp, dass der Podcast ist zu allen Fragen des guten Geschmacks. Und für viele ist das ja eine Geschmacksfrage. Spiele ich übersetzte Karten oder spiele ich nicht übersetzte Karten? Finde ich das irgendwie witzig oder finde ich das nicht witzig? Und ich hatte so ein kleines Schlüsselmoment. Vor einigen Jahren durfte ich mal mit so einer anderen Playgroup zusammenspielen. Haben da gedraftet. Und danach haben wir halt unsere Picks so ein bisschen, genau, unsere gedrafteten Karten quasi gepickt und getauscht und so weiter. Und da meinte der, sag mal, hast du hier den, boah, was war das, irgendein Vampir? Da meinte ich, ja, ja, klar, habe ich hier, hier, hier. Guckt sich die Karte und sagt, ah, der ist auf Englisch, den kann ich nicht nehmen. Und ich so, wie? Ich so, naja, meine Commander Decks, die sind alle komplett auf Deutsch. Okay. Ich so, wie, die sind komplett auf Deutsch? Hä? Und ich habe das nicht gecheckt. Auch ich habe damals nur englische Booster gekauft. Ach was? Nur das ganze Ding auf Englisch gespielt, weil ich überzeugt davon war, das Spiel wird auf Englisch gemacht. Also ist Englisch die korrektere Sprache. Und in der Übersetzung gibt es bestimmten Reibungsverlust. Und dann hat er mir so ein bisschen davon erzählt, dass er das spannend findet, dass er auch spaßig findet, die Übersetzungen. Und ich habe das erste Mal auch kapiert, dass die Übersetzungen auch eine Style-Frage sind. Und dass er das so einsetzt als Mittel, um seinen Decks zu personalisieren. Und das ist wie ein Foiling sozusagen. Nur, dass die Karten sich nicht wählen, wenn sie übersetzt werden. Und dann fand ich das spannend. Hab ein bisschen aufgehorcht. Und hab dann auf solche Karten geachtet, bis dann irgendwann der Savage Punch daherkam. Savage Punch, eine nette Karte. Aber wenn er eben, als ich den deutschen Titel gehört habe, der brutale Faust-Hieb, den fand ich eben sehr, sehr... Der war mir emotional zugänglicher. Da hat es mir gleich ein bisschen wehgetan, als ich das gehört habe. Und das fand ich einfach geil. Da dachte ich, ja cool, das kann für mich die englische Sprache nicht bieten, diesen Zugang. Also ich höre Faust-Hieb und ich spüre was. Ich höre Punch und denke an das Wort und in meinem Kopf wird übersetzt erst mal. Also es gibt einen Reibungsverlust bei der Übersetzung, emotionalen Reibungsverlust. Ja, genau. Und seitdem bin ich ein sehr, sehr großer Fan von den Übersetzungen. Nicht von allen, aber von den Übersetzungen per se. Und mag das, deutsche Karten zu spielen. Versuche meine Commander Decks deutsch zu gestalten, aber bin da auch nicht so konsequent. Ich hatte so einen emotionalen Schlüsselmoment leider noch nicht. Hab mich aber mittlerweile trotzdem auch mit den deutschen Übersetzungen angefreundet. Ich war auch am Anfang so wie du unterwegs, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt ein Spiel, das kommt aus Amerika. Und es ist halt alles schön clean designt dort und formuliert und wohlformuliert. Und es geht bestimmt was verloren im Deutschen, wenn, ja, dann klingt es nicht mehr so elegant. Und viele Karten klingen auch nicht mehr so elegant. Und was dann für mich so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, war tatsächlich so die Beschäftigung mit den Karten und auch das Spielen unserer Playgroup, wo es eben auch einen gibt, der dann halt wirklich jede Karte wirklich deutsch benennt und auch das, was sie macht, korrekt deutsch benennt und auch richtig dekliniert und konjugiert mit den ganzen Begriffen. Und das klingt dann schon auch elegant, habe ich dann festgestellt. Und in der Vorbereitung… Grüße gehen raus an Artefaxer. Genau, genau. Also er macht das wirklich immer sehr schön. Und was wir festgestellt haben, was ich festgestellt habe, wo wir uns das erste Mal intensiver drüber unterhalten haben, war tatsächlich auch bei Throne of Eldraine, wo halt diese Märchenwelt zum Einsatz kam, die halt doch sehr auch aus der Richtung der Gebrüder Krim kommt und man da eigentlich schon auch so Begriffe im Kopf hat, die man erwarten würde. Und die einfach für mich auch mit deutschen Begriffen besetzt sind, weil ich es eben aus Kindermärchen her kenne. Und als die dann aufgetaucht sind, dann dachte ich, okay, da funktioniert es tatsächlich so eine Übersetzung besser, wenn dann auch der Flavor dazu passt. Also das kann ich dann durchaus nachvollziehen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Set, was vielen getaugt hat von den Übersetzungen, wo es mehr Schmunzler als sonst gab und sich die ÜbersetzerInnen auch ein bisschen freier heran, ein bisschen gestalterischer herangewagt haben, sage ich mal. Haben sich ein bisschen mehr getraut, einfach Sachen zu übersetzen, die nicht eins zu eins so dastehen. Wir haben hier geschrieben Backe Backe Kuchen. Das ist natürlich ein deutsches, also kein Märchen, ist halt ein deutsches Kinderlied, Kinderreim. Im Englischen Bake into a Pie. Und da fand ich es tatsächlich schön, dass sie aus dem Pie den Kuchen gemacht haben und eben auch dieses Kinderlied aufgegriffen haben. Also sowas wünsche ich mir tatsächlich dann an der Stelle öfter. Und da zieht es mich auch rein in diese Fantasy-Welt. Das ist auch vielen Erinnerungen geblieben als eine sehr, sehr positive oder sehr gelungene Übersetzung. Das höre ich immer wieder, auch als ich vorher so ein bisschen rumgefragt habe und die ein oder andere Reddit-Umfrage gemacht habe zu dem Thema, kam das als Beispiel immer wieder. Aber trotzdem haben viele Leute ihre Probleme mit den Übersetzungen. Lass uns doch mal darüber ein bisschen sprechen. Es gibt ja nicht nur den persönlichen Vorliebe für eine bestimmte Sprache oder bestimmte Wörter, sondern es hat dann auch wirklich ganz konkrete spielerische Auswirkungen. Also wenn du nicht genau verstehst, was jetzt gemeint ist oder wenn tatsächlich vielleicht auch Fehler in der Übersetzung passiert sind, dann behindert es eben das Spielen und vielleicht auch deinen Spaß an dem Spiel und vielleicht auch deinen Sieg in einem wichtigen Spiel. Also wenn dann nicht genau klar ist, was die Karte macht und der Text unverständlich ist oder schlecht übersetzt, dann leidet das Spielerlebnis drunter. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe es erst nicht ganz gecheckt. Und das hat mir auch jemand auf Reddit geschrieben und ich musste wirklich zweimal lesen. Erstmal, um zu kapieren, was er meint und dann, um zu kapieren, was hier übersetzt wurde. Also es geht um den Kreis der Wahrheit, den Verity Cycle. Der Titel ist erstmal fein übersetzt. Und ich überlege jetzt, ich lese dir erst die deutsche Übersetzung vor. Die ist übrigens korrekt. Die ist korrekt. Die ist grammatikalisch korrekt und auch inhaltlich korrekt. Und trotzdem hat man einen Knoten im Kopf. Pass auf. Immer wenn eine Kreatur, die Gegner kontrolliert, getappt wird und falls dies nicht passiert, so wie sie als Angreifer deklariert wird, kannst du eine Karte ziehen. Was machst du, wenn du die ausspielst? Wenn die Versaurung getriggert wird? Der Gegner kann eine Kreatur... Nee, ich muss eine Kreatur tappen. Ich lese nochmal vor. Es ist eigentlich relativ... Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, getappt wird, und falls dies nicht passiert, so wie sie als Angreifer deklariert wird, kannst du eine Karte ziehen. Kurz gesagt, wenn der Gegner eine Kreatur tappt und das passiert nicht beim Angreifen, dann ziehst du eine Karte. Und das ist einfach hier so ausgedrückt, wenn sie getappt wird und falls dies nicht passiert, so wie sie als Angreifer deklariert wird. Also im Moment. Ich wollte gerade sagen, man vergisst nur die Kreatur beim Angreifen zu tappen. Dann ziehst du ja nie eine Karte. Ja, genau, genau. Ich lese es nochmal auf Englisch vor, weil da ist es einfacher. Whenever a creature an opponent controls becomes tapped, if it isn't being declared as an attacker, you may draw a card. Ja, okay, viel klarer. Drei Sinneinheiten, die einfach super easy sind. Zur Vollständigkeit halber kann ich noch fünf Mana bezahlen und Targeted Creature, die fliegt, tappen. Das erinnert mich so ein bisschen an mein Studium der Rechtswissenschaften, wo ich ein Semester in meinem betriebswirtschaftlichen Marketingstudium meine Vorlesung hatte, Jura, wo es dann wirklich auch darum ging, wirklich präzise auf den Satzbau zu gucken, um so wirklich sich am Gesetzestext entlanghangelt. Und das habe ich dann auch später in Magic wiedererkannt. Also das ist dann wirklich die Formulierungen. Also wenn ich früher Magic gespielt hätte, hätte ich mich da, glaube ich, leichter getan, weil man dann wirklich lernt, dass bestimmte Formulierungen halt immer in einem bestimmten Kontext gebraucht werden und man die dann quasi auch so zusammenbauen kann, wie so ein Puzzle. Diese Spielregeltexte, das sind einfach eine, wie so eine Betriebsanleitung von Videorekorder. Ja. Nur und gut. Wollte jetzt nicht sagen, wie schlecht. Die funktionieren einfach technisch sehr, sehr gut. Das sind Betriebsanleitungen, die sehr, sehr genau sind. Das ist wie eine Programmiersprache, sogar ganz buchstäblich. Ich kenne mich da leider nicht gut genug aus. Aber Arena und Magic Online, die lesen ja tatsächlich die Karten und können dann durch den Satzbau entscheiden, was passiert quasi. Also die lesen mit und die lesen die Wortphrasen, diese Halbsätze, die da drinstehen und übersetzen die in technische, technische Interaktion. Total spannend, aber da kenne ich mich leider nicht gut genug aus und kann mir sehr, sehr gern jemand sein Wissen schreiben. auf Twitter an at tasty-mpg. Das habe ich auch gelesen, dass die wirklich halt die Logik des Spiels in Arena einprogrammiert haben, sodass sie halt relativ einfach neue Karten hinzufügen können. Was ich auch noch weiß, ist was, wo viele ein Problem mit Übersetzungen haben, gerade deutschen Übersetzungen, ist, dass halt der Text dann mehr wird auf der Karte, dass er länger wird. Und man muss mehr Worte benutzen. Bindestriche. Worte an sich sind länger. Und ich habe ein sehr, sehr, sehr schönes, extremes Beispiel gefunden, wurde mir zugeschickt. Und zwar gibt es auf Ursas Fabrik, Ursas Factory, bringst du einen Token ins Spiel. Und der Token ist ein Montagearbeiter-Artefakt-Kreaturspielstein. Hat mal jemand einen Montagearbeiter-Artefakt-Kreaturspielstein? Der ist durch einen Bindestrich noch unterteilt, natürlich. Wir wissen, auch Magic in den Übersetzungen ist nicht, kennt den Bindestrich und benutzt ihn häufiger, als es wahrscheinlich mit der Duden vorgesehen hat. Und ich muss der Fairness halber sagen, auch im Englischen ist es sehr, sehr lang. Da ist es auch der Assembly-Worker-Artefact-Creature-Token. Nur, dass es da halt einfach eins, zwei, drei, vier, fünf Worte sind, wo zwei davon mit dem Binnenstrich verbunden sind. Ja, da kommen wir gleich noch dazu, dass halt die englische Sprache da auch ein paar Besonderheiten hat, wie sie halt Substantive kombinieren kann und Wörter kombinieren kann. Da ist das Deutsche zwar auch relativ klar, aber macht es dann halt ein bisschen schwieriger zu lesen. Montagearbeiter-Artefakt-Kreaturen-Spielstein. Wenn du das fünfmal sagst, kannst du einen wirken, dann kommt einer ins Spiel. Wenn ich fünf davon habe, dann würde ich das fünfmal sagen. Ich habe keinen Token dazu gefunden. Ich weiß gar nicht. Gibt es dazu einen Token? Ich habe leider keinen gefunden. Da konnte die produziert werden im Deutschen, weil das Wort aber zu lang war. Ja, das kennt man tatsächlich von den Titeln, von den Karten, deren, der dann sehr, sehr lang wird, dass die Schrift immer kleiner wird. Ja, die wird immer kleiner und dann hat man schon keine Lust, die Karte zu spielen, weil die schon so kompliziert klingt. Wie du schon sagtest, durch die Übersetzung gibt es Reibungsverluste und es gibt natürlich eine gewisse Fehleranfälligkeit, dass übersetzte Karten falsch übersetzt werden. Jetzt revanchiere ich mich mal mit einem kleinen Ratespiel für dich. Ich habe drei Karten rausgesucht und ich würde dir den englischen Oracle-Text, also den Regeltext vorlesen. Und du übersetzt mir das und sagst, was das im Deutschen heißen würde. Also, wir fangen mal an mit dem Steam-Flogger-Boss aus FutureSide. Kennst du den deutschen Namen? Steam-Flogger-Boss. Ich habe in der Vorbereitung wurde mir immer mal wieder der Dampf-Sippler genannt. Nee, das ist Steam-Kin. Die Steam-Kin wird übersetzt mit Dampf-Sippler. Dampf kommt vor, ja. Dampf ... Nee, keine Ahnung. Das musst du mir übersetzen. Das ist der Boss der Dampf-Peitscher. Dampf-Peitscher. Steam-Flogger-Boss. So, und der sagt, Other Rigger-Creatures you control, get plus one, plus zero and have haste. Other Rigger-Creatures. Andere. Andere. Other Rigger. Was ist Steam-Rigger? Oh, was sind denn Rigger im Deutschen? Oh, Mann, ey. Ich liebe ja Unstable. Ich sag's dir, andere Monteur-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus eins plus null und haben Eile. Monteur-Kreatur. Monteur-Kreatur. Und, okay, das weißt du jetzt. Und if a Rigger you control would assemble a Contraption, it assembles two Contraptions instead. Stimmt, das wurde ja mal ins Deutsche übersetzt. Genau. Das ist die einzige Karte, wo Contraption übersetzt wurde. In Future-Side wurde er ja gedruckt und da wurde es, weil Unstable wurde nie ins Deutsche übersetzt. Also sag nochmal, sag nochmal Stück für Stück. If a Rigger. Ich weiß jetzt mal. If a Rigger. If a Rigger. Wenn ein Montage-Monteur. Falls ein Monteur. Falls ein Monteur, genau. If a Rigger you control would assemble a Contraption. Falls ein Monteur. Assemble a Contraption. Falls ein Monteur, den du kontrollierst, eine Contraption assembled. Das ist übrigens wirklich auch so ein denglisches Ding, was wir immer sagen. Ich assemble mal eine Contraption. Ich assemble mal eine Contraption. Ist im Deutschen, falls ein Monteur, den du kontrollierst, ein Gerät zusammenbauen würde, baut er stattdessen zwei Geräte zusammen. Toll. Wie schön. Ich baue ein Gerät zusammen. Ich baue ein Gerät. Der Gerät. Ach, schön. Okay. So, zweiter Versuch. Boah, das war schwer. Okay. Slate of Mind. Gedankenslate. Geniestreich. Ist ein Interrupt. Ich bin nur Slate of Hand. Ein Interrupt ist heute ein Spontanzauber. Ist ein Unterbrechungszauber. Was war denn das? Unterbrechungszauber. Unterbrechungszauber. Change the text of target spell. Ändere den Text eines Zauberspruchs deiner Wahl. Eines Zielspruchs. Zielspruchs. Ach, damals noch Zielspruch, geil. Or target permanent by replacing all occurrences of one color word with another. Oder einer bleibenden Karte. Hieß das damals schon bleibende Karte? Ja, also zumindest steht es jetzt hier so da. Okay. Also, indem du eine Farbe durch eine andere ersetzt. For example, you may change counters black spell to counters blue spells. Also, zum Beispiel kannst du neutralisiere einen schwarzen Zauberspruch durch neutralisiere einen blauen Zauberspruch ersetzen. Fast ist hier übersetzt neutralisiert roten Zauberspruch durch neutralisiert schwarzen Zauberspruch. Also auch die Farben geändert. Ist kürzer rot als blau. Und Slate of Mind, also Geniestreich, cannot change mana symbols. Kann mana-Symbole nicht verändern? Genau, mana-Symbole können nicht vertauscht werden. Können nicht vertauscht werden. Vertauscht werden? Das ist weird. Oh, das ist ganz verrückt. Totally confusing. So, letzte Karte. Ursa's Engine. Ursa's Maschine. Richtig. Das hab ich, den hab ich. Den hast du? Nee, hab ich nicht. Ich hab's erwischt, die richtige Übersetzung zu finden. Artefakt-Creature. Artefakt-Creaturen. Trampel. Artefakt-Creaturen mit Trampelschaden. Verursacht Trampelschaden, richtig. Verursacht Trampelschaden. Ach, siehste. Drei Mana. Bending until end of turn. Oh, warte mal. Bending. Bündnisfähigkeit. Richtig. Bündnisfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Und auch für drei. All creatures banded with Ursa's Engine gain Trampel until end of turn. Alle Kreaturen, die mit Ursa's Maschine verbündet sind. Die mit Ursa's Maschine ein Bündnis bildet. Ein Bündnis bildet. Verursacht bis zum Ende des Zuges Trampelschaden. Ja. Bündnisfähigkeit wusste ich nicht, tatsächlich. Ja, das, also, da sieht man mal, das sind wirklich komplexe Sachen. Und wir, die wirklich nur einmal oder zweimal auftauchen, das kannst du dir auch nicht, das kannst du dir auch nicht merken. Das ist im Englischen vielleicht ähnlich schwierig. Aber da ist halt Contraption auch ein Wort, was du vielleicht in dem Zusammenhang öfter hörst, aber Gerät. Es macht's plötzlich griffig, ne? Also, ganz ernsthaft, in dem Moment, wo du das gesagt hast, hab ich, hab ich, hat sich das, die Contraption irgendwie anders angefühlt. Contraption ist ein Wort, das kenn ich nicht. Das benutze ich nicht, wenn ich Englisch spreche, sozusagen, ne? Es mag dem einen oder anderen Spezialisten irgendwie anders gehen. Ähm, aber. Gerät ist, 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 ist cool, ne? Es macht's irgendwie so simpel plötzlich. Und damit kommt auch irgendwie so ein gewisser Humor mit rein. Das mag ich. Das mag ich. Würde, glaub ich, Vorrichtung sagen. Auch gut. Aber Gerät ist natürlich auch mitleben. So, das waren jetzt die Fehler, die wir gemacht haben. Aber es gibt natürlich jetzt auch Fehler, die handfest bewiesen wurden. Und, ähm. Oh ja. Da gibt's so ein paar Sachen, die auch einen Einfluss hatten aufs Spiel und vielleicht zur Diskussion im Spielladen geführt haben. Im Game Store. Sicherlich auch das, worüber am, am meisten gesprochen wird immer, ne? Also, wenn man Übersetzungen spricht, dann holt jeder irgendwie seine Anekdote raus, was schon mal falsch übersetzt wurde. Und wir haben ein paar zusammengesammelt. Was ich hier, worüber wir hier sprechen wollen, ist nicht, sind nicht, keine freien Übersetzungen, ne? Wie zum Beispiel, ähm, Blutzoll Feuerball. Was die korrekte Übersetzung für Channel Fireball wäre. Blutzoll. Ein Kanal, könnte man so übersetzen, muss man aber nicht, kann man auch an YouTube, an YouTube Blutzoll, nämlich den YouTube-Kanal Blutzoll Feuerball. Der heißt einfach so. Und, äh, mit dem haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Der Typ, der das macht, ist tatsächlich Doktor der Sprachwissenschaften. Sehr gut. Und, ähm, genau. Hat uns, hat uns einfach ein paar lustige Beispiele geschickt. Und deswegen hier ein kleiner Shoutout. Schaut mal rein. Macht, glaube ich, Inhalte auf Deutsch und auf Englisch. So, du hast ein paar Sachen rausgesucht, oder die, die auch genannt worden sind, ne? Die einfach auch abstrus sind, wenn man es ja heute hört. Lass uns erst mal über ein paar Fehler sprechen, die so den Inhalt und den Flavor irgendwie beeinflussen oder plötzlich einen anderen Inhalt irgendwie vermitteln. Und, ähm, eins davon ist nicht ganz so lange her, wurde nämlich gedruckt in, in Eldridge Moon und wurde im Französischen falsch übersetzt. Heißt auf Deutsch Sturzflug auf die Sünder. Ähm, wie ist der, der englische Titel? Der englische Titel ist Descent, Descent upon the Sinful. Und alle haben immer gesagt, ja, hier, die ist falsch übersetzt im Französischen und ich hab das gelesen und ich dachte, na, wo ist denn der Fehler? Ich seh ihn gar nicht. Es ist ein kleiner Fehler, nämlich Fondre sur les Pêcheurs. Und wenn man Pêcheur auf dem ersten E ein Accent Graf setzt, das ist dieses kleine, nee, ein Accent Circumflex, das ist dieses kleine Dach, dieser kleine, dieses kleine Dach, dann heißt es eben so viel wie Sturzflug auf die Fischer. Die haben doch gar nichts gemacht, warum greift ihr uns an, Mann? Denn Sünder heißt im Französischen Pêcheur, also mit einem Accent Degue geschrieben. Und das muss für die Franzosen recht witzig gewesen sein, als sie das gesehen haben. Ja, genau, wurde übrigens mittlerweile korrekt auch einmal gedruckt in den Commandadex 2020. Auf Französisch. Also in den französischen Commandadex. Wurde auch auf Französisch korrekt gedruckt. Oder in jeder Sprache wurde einmal korrekt diese Karte gedruckt, damit sie im Umlauf wird. Genau, es wurde dann im Englischen umbenannt in Descent upon the Fisherman. Damit sie die Karte... Im deutschen Sturzflug auf die Fischer. Genau, damit es im Französischen dann Sinn macht. Nee, es wurde einfach der richtige Akzent gesetzt auf das E. Schön. Ja, es gibt aber auch ein bisschen... Ich hau einfach noch einen hinterher, ja. Und zwar, es gibt noch einen, der so ein bisschen weittragend ist. Und zwar im Portugiesischen wurde die Karte Zwang, Duress, unterschiedlich übersetzt. Und zwar nicht der Text, sondern der Titel. Ja, ich kann es nicht aussprechen, wie es genau heißt. Ähm, Quajir heißt es, glaube ich, ähm, wird, glaube ich, die eine Variante ausgesprochen. Und Quajir, die andere. Das eine, wenn man es wiederum ins Deutsch übersetzt, ne, wahrscheinlich eine Million Fehler passieren auf dem Weg dahin, würde man es wirklich eher so mit Zwingen übersetzen und, ähm, das andere eher so in Richtung Zusammenhalten. Ja, ich... Keine Ahnung, was hier passiert ist. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich das richtig übersetzt habe. Aber es gibt definitiv, wir verlinken euch die Scryfall-Suche, diese Karte Zwang in, ähm, unterschiedlichen, unterschiedlichen Übersetzungen. Und das ist ja wiederum auch ein kleines Spielproblem. Denn eigentlich ist es ja erlaubt, bis zu vier Karten mit dem gleichen Namen im Deck zu haben. Beispielsweise in einem, könnte das jetzt hier im Legacy spielen oder im Modern. Ich weiß nicht, ob die Karte überhaupt gespielt wird. Dort sie ist gespielt, egal. Und da könnte man dann theoretisch, es wäre regelkonform, acht davon spielen. Macht natürlich keiner. Es fällt auch hier nicht so ins Gewicht. Und würde auch jeder dann drauf achten. Aber ist halt doof. So. Ne? Ist doch einfach... Ist doch ein Fehler passiert. Aber soweit ich das gesehen habe, wurde es in, in, äh, mehreren Sets dann anders übersetzt. Nämlich in M10 und M11. Ja. Hat man gleich zweimal gemacht. Was mir ja noch in dem Zusammenhang eingefallen ist, ähm, was auch so ein bisschen den Flaver kaputt macht, war in, in Amon Cat, da gab es ja die verschiedenen Crops, ähm, die halt trainiert haben für die, die, die Trials, also die, die Prüfungen der fünf Götter. Und, ähm, ähm, da gab es eben den, ähm, den Ahn-Crop-Champion. Und, äh, das wurde im Deutschen übersetzt mit Champion der Ahn-Saat. Und ich, also ich habe das selber noch nie gehört, dass das halt so eine, so, so ein Trupp oder eine Schar, was ich eigentlich immer mit Crop verbunden hatte, also eine Schar, ähm, was vielleicht auch diesen militärischen Ausdruck besser, besser beschreibt, dass das mit Saat übersetzt wurde. Also, ich habe ja nie gehört, da kommt eine Saat Soldaten oder so. Also, es ist dann eher, wo ich dann auch dachte, dass das klingt einfach komisch und es hat auch nichts mit, 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 äh, landwirtschaftlicher Tätigkeit zu tun, was die da machen, sondern es ist einfach halt so ein militärischer Trupp. Und, das ist, macht so ein bisschen, da stützt du kurz und wirst halt aus dieser Welt rausgerissen. Ich, ich glaube, es ist ein Fehler. Nachdem du mir das gesagt hast, ähm, bin ich fast davon überzeugt, dass das wirklich ein Fehler ist und kein, also ich weiß nicht, ob man Saat auch im militärischen Sinne benutzen kann. Das, das wäre meine Frage auch, ja. Es ist ja definitiv eine militärische Abbildung, ja, und es geht ja auch um, 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 ja, kämpfende Kreaturen quasi. Mhm. Und deswegen wäre so eine Ahnschar, was meinem Begriff so eher ein militärischer Begriff ist, durchaus passender. Ja, das sind jetzt die Sachen, die halt so ein bisschen uns aus der Welt rausreißen, aber wenn sie uns halt auch aus dem Spiel so ein bisschen rausreißen, in dem dann irgendwie Diskussionen entstehen, da gibt's auch ein paar Fehler. Ja, und, ähm, den ersten, den wir hier genannt haben, den, äh, wenn du, wenn ich darf, darf ich den kurz erzählen hier, weil gegen den hab ich tatsächlich auch mal spielen müssen im Laden. Hä, du auch? Und die Diskussion führen müssen, ja, das war tatsächlich beim Pre-Release von ... Da waren wir zusammen. Ja. Du auch, du hast auch gegen einen Typen gespielt, ja? Genau, ich hab gegen den gleichen. Okay, erzähl mal, was gemeint ist, damit jeder weiß, worum wir sprechen. Genau, also wir sind auch wieder in Amon-Kett und haben gerade schon die fünf Götter erwähnt und der grüne Gott ist eben Ronas, the Indomitable, im Deutschen Ronas, der Unbezwingbare. Und der hat eben im Englischen die Fähigkeit, Todesberührung und ist unzerstörbar, hat aber auch Ronas, the Indomitable, can't attack or block unless you control another creature with power four or greater. Also der ist zwar eine 5-5, kann aber nicht angreifen oder blocken, wenn du nicht eine andere starke Kreatur mit vier Power hast. Im Deutschen ist es auch richtig übersetzt worden, man hat bloß vergessen, das Blocken hinzuschreiben. Also der steht, Ronas, der Unbezwingbare kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst eine andere Kreatur mit Stärke vier oder weniger. Kann nicht angreifen. Genau, also er kann blocken. Und das war eben eine Diskussion, in die wir beide dann reingerannt sind, weil wir natürlich durch unser Vorwissen wussten, dass die Karte im Englischen halt noch das Blocken mit drin hat und haben halt angegriffen. Und der sagt, oh, ich block, steht ja hier, kann nur nicht angreifen, aber blocken kann er. Und das sind dann halt Sachen, da musst du dann erstmal beweisen, dass das im Englischen richtig ist, weil laut Spielregeln gelten halt die Texte der englischen Karten und nicht das, was auf der aktuellen Karte gedruckt ist. Ja, genau. Ich habe gegen den Typen dann auch verloren und seinen Ronas. Und es führt halt zu unschönen Situationen, weil du willst ja nicht der sein, der dann irgendwie so pedantisch auf Übersetzungen hinweist als letzten Strohhalm, damit du jetzt dieses Spiel vielleicht noch gewinnst. Aber in dem Fall war es halt wirklich signifikant, ob der jetzt eine 5-5 hat oder nicht. Von solchen Sachen gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Und wie schon gesagt, hier gibt es nur ein paar Beispiele. Eins möchte ich noch erwähnen, weil es so absurd mir vorkam. Und zwar ist das Ebenholz-Amulett der Ebony Charm. Denn der kam in Mirage, wo ich gerade gar nicht weiß, wie das Set auf Deutsch heißt. Und das wurde so derart falsch übersetzt, dass ich gar nicht weiß, was da passiert ist. Diese Charms machen ja immer, diese Amulette machen immer, wähle eins und dann gibt es verschiedene Modi, aus denen du wählen kannst. Und der hat als erstes, äh, Target Opponent loses one life and you gain one life. Und im Deutschen wurde das übersetzt mit, jeder Spieler verliert drei Lebenspunkte. Da war jemand kreativ, der die übersetzt hat. Der hat was Komplettes draus gemacht. Jeder Spieler verliert drei Lebenspunkte. Target Opponent loses one life and you gain one life. Das ist was komplett anderes. Ähm, und das ist auch nicht das Einzige. Da gibt's noch, da gibt's noch, noch mehr Karten, ähm, darauf. Ähm, im Englischen beispielsweise Target Creature gains fear until end of turn, Furcht. Und im Deutschen ist es eine angreifende Kreatur. Deiner Wahl erhält Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Auch gut. Also, ja, da hat sich ein Übersetzer eine Karte gebastelt. So, vielleicht brauchte der die in irgendeinem Deck. Trugbilder ist übrigens der deutsche Titel für Mila. Trugbilder, ja, dankeschön. Witzig. Genau, es gibt ein paar modernere, präsentere, ne, zum Beispiel der Ugin, der Geisterdrache in Fate Reforged, wurde der falsch übersetzt. Seine Minus-X-Fähigkeit, ja, der ist ein Planeswalker, seine Minus-X-Fähigkeit war, ähm, schicke alle ein- und mehrfarbigen, bleibenden Karten mit umgewandelten Manner-Kosten von X oder mehr ins Exil, ja. Also, ich nehme eine Marke runter und schicke alle Kreaturen mit umgewandelten Manner-Kosten eins oder mehr ins Exil. Oder ich nehme null runter und schicke alle ins Exil. Es musste natürlich genau umgedreht heißen, ne, X oder weniger, wurde einfach falsch übersetzt. Eins, was mir noch im Gedächtnis ist, das war jetzt, ähm, tatsächlich in dem letzten Set, was wir noch zusammengespielt haben, haben wir schon öfter erwähnt, äh, Sendika, äh, nicht Sendika, Theros Beyond Death. Mhm. Jenseits des Todes, da gab's die, den Omen-Cycle, also eine Verzauberung, äh, für jede Farbe. Und es gab aber in Rot im Deutschen noch ein zweites Omen, weil es einfach ein Reprint war von einer alten Karte. Das, äh, Portent of Betrayal, was auch heißt, äh, Omen des Verrats, aber war halt hier eine Hexerei, was, äh, so ein, ähm, ja, du übernimmst die Kontrolle über eine Kreatur und, ähm, für einen Zug. Und das ist dann auch so ein bisschen bewirrend, wenn dann in anderen Podcasts oder Videos genannt wird, ja, das rote Omen, dann fragst du dich erstmal, ja, welches denn? Weil im Englischen gibt's halt tatsächlich auch nur eins in diesem Set, aber im Deutschen gab's nur zwei. Und das ist jetzt kein Fehler im Sinne, aber da merkst du schon auch diese lange Historie von Übersetzungen, die schlägt halt dann irgendwann wieder zu. Ist ja auch was, ne, wir küren ja auch immer die Übersetzungen, die ein bisschen mutiger sind, ne, zu den ganzen positiven Beispielen kommen wir noch. Aber das ist tatsächlich, es macht's ja auch schwer, denn du musst dir immer vorstellen, jede freiere Übersetzung könnte sozusagen eine andere englische Vorlage plötzlich sehr ganz doof im Wege stehen, wie in dem Fall. Ja, genau, es sind, es sind gar nicht so viele Karten, wie ich dachte, wo es falsche Übersetzungen gab, ne, gibt's natürlich in allen Sprachen durchweg. Deutsch wird häufig genannt, hab ich gemerkt, Portugiesisch wird häufiger genannt. Ähm, aber es sind tatsächlich, was gab's hier noch, ne, Planeswalker-Kosten ändern sich, also die, die Loyalty-Abilities, wie heißt das im Deutschen, Loyalty-Ability? Die Loyalitätsmarken. Ähm, Loyalitäts, ähm, Fähigkeiten, genau. Ja. Äh, es gibt ein Land, was für Zweimanner statt für Einmanner tappt, ähm, eine Karte bringt einen größeren Token, einen 2-2-Token statt einen 1-1-Token ins Spiel, eine Karte bringt mehr Tokens ins Spiel in der Übersetzung, ähm, eine Karte gibt's, da wird nur der Gegner getriggert statt, ähm, alle Spieler, ähm, es gibt eine Karte, da wurde eine ganze Zeile vergessen. Ähm, da, da, da steht dann noch drauf, dass, äh, dass, äh, irgendwie zwei Karten zieht. Wenn du ihn darfst, das stand da einfach nicht mit drauf. Oder hier auch eine schöne Karte, die Stoische Zurückweisung, die, da mach ich noch kurz ein, in, in, als, als Beispiel ein bisschen ausführlicher Stoic Rebuttal, die kostet 1 Blau-Blau, ist ein Spontanzauber, ähm, und war im Set, äh, Skars of Mirrodin. Mhm, genau. Und, äh, die hat Metalcraft, Metallkunst, ähm, Stoische Zurückweisung kostet beim Wirken 1 weniger, falls du 3 oder mehr Artefakte kontrollierst, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, ah ja, im Portugiesischen war es wieder, da wurde einfach die eine Zeile vergessen, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Da steht einfach nur drauf, dass sie deutlich preiswerter wird, wenn du, ähm, Artefakte kontrollierst. Okay, also das Spontanzauber, der nichts macht. Ja, genau, man kann sich diese Karte auch bei Scryfall anschauen, ja, da kann man auf die portugiesische Version gehen und da ist diese Karte so falsch, wie sie gedruckt wurde, auch drin. Und es sieht auch, wenn man kein Portugiesisch spricht, falsch aus, wenn man das Original kennt, weil eben eine ganze Zeile fehlt. Ja, es gibt eine Karte, da wurde, wurde der Kreaturentyp vergessen draufzudrucken und so weiter, ja. Ja, äh, sind eine ganze Handvoll, aber ich muss auch sagen, eben nur eine ganze Handvoll. Deutlich weniger, als ich, als ich dachte. Denn, ja, lass uns doch mal kurz ein bisschen über die positiven Effekte sprechen. Wollte ich auch sagen, dass es, weil du gerade gesagt hast, es gibt halt wenig, über die man halt sehr viel spricht, es gibt aber auch deutlich mehr, die halt einen positiven Effekt haben. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir das noch erwähnen. Und was mir natürlich als erstes einfällt, ist, dass im Deutschen die Diversität deutlich klarer ausgedrückt werden kann, indem man halt eben Geschlechter hat, die benannt werden können, aber auch müssen. Das ist dann vielleicht auch manchmal eine Herausforderung für den, für den oder die Übersetzer. Und die stimmen sich da sicher auch sehr eng ab mit, ja, mit den Designern der Karten, um halt zu klären, wenn es nicht eindeutig ist, was ist denn jetzt der Troll oder ist es eine Trollin? Und eine Karte, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, war eben auch aus Throne of Eldraine, Murderous Rider, also eine ganz tolle Karte, auch für viele schwarze Decks und auch so ein Evergreen, ist tatsächlich im Deutschen eben die mörderische Reiterin. Und das ist, das macht es dann für mich auch gleich nochmal cooler, wenn du denkst, ah, das ist halt dieser, dieses Skelett-Kriegerin, weil da kommt man durch Prägung erstmal nicht drauf, dass das natürlich auch eine weibliche Kriegerin sein kann. Und das ist ganz toll, dass das gemacht wurde oder jetzt auch im aktuellen Set Caldheim ist es eben die, die Meisterskaldin, die Meistergeschichtenerzählerin und im Englischen ist es halt nur der Masterskald. Und je nachdem, wie die Illustration dann ist, ob die so, wie nah die Kreatur abgebildet ist, kannst du es nicht immer sofort erkennen, aber es ist schön, dass das eben dann auch wieder, sich widerspiegelt. Darum geht es ja auch nicht, dass man seinen äußerlichen Merkmalen erkennen kann, sondern dass so wie die Geschichte erdacht wurde und wenn diese Kreatur eben weiblich sein soll oder weiblich angesprochen werden soll, möchte, dass man das eben abbilden kann oder eben nicht. Das ist, ja, sprachliches Werkzeug, an dem wir gerade aktuell arbeiten. So, wir versuchen, wir bemühen uns ja auch zu gendern irgendwie im Podcast, was nicht immer funktioniert, es rutscht uns durch, aber wir bemühen uns sehr und natürlich ist es irgendwie auch eine Veränderung von Sprache, die ich total spannend finde und die noch sehr, sehr viele unterschiedliche Formen hat. Und es ist tatsächlich so, als ich diese Reddit-Umfrage gemacht habe und nach positiven Beispielen gefragt habe, haben viele geschrieben, dass in den Übersetzungen gegendert wird, da hat sich so eine kleine Diskussion ergeben, ja, in welchen Sprachen noch nicht gegendert wird und so weiter und dass das doof ist. Und ich habe, ja, tatsächlich herauslesen können, dass sehr, sehr viele, waren vielleicht so fünf, sechs Leute, die sich da aktiv unterhalten haben, dass die das sehr, sehr begrüßen, dass gegendert wird und viele, die dann aber, also einige, die dann auch gesagt haben, na guck mal, im Englischen wird es ja auch nicht gegendert, im Deutschen ist es ja auch sozusagen, ne, dass die männliche Form, die benutzt wird, da steht dann halt nur Spieler drauf, der Spieler zieht zwei Karten oder sowas. Ja, stimmt, da ist es halt sehr anders. Und einer meinte, und das ist mir auch nicht aufgefallen, der Regeltext im Englischen wird auch nicht gegendert, obwohl er gegendert werden könnte, ne, ist dann Kreaturen-Typ Löwe und eben nicht Löwin zum Beispiel oder Priestess. Also es gibt auch im Englischen Möglichkeiten hier und da Sachen zu gendern, aber einfach, weil das Regelwerk und die Regeln sozusagen, ne, sehr, sehr, ja, das nicht sehen können, ne, die brauchen sozusagen einen festen Begriff, um sehen zu können, ah, Lion, das steht, da drauf, ähm, es kann, also fällt es den Regeln quasi schwer zu gendern. Das fand ich, fand ich irgendwie einen spannenden, einen spannenden kleinen Gehirndreher. Es gab mal die Diskussion, ähm, dass es eben Wizards gibt, aber dass eben Karten, die Witch heißen im Englischen, auch Warlock oder Wizard sind und eben nicht Witch, was ja das Pendant zum Wizard wäre. Da haben sie lange drüber diskutiert, sich dann erstmal, also ich glaube, der aktuelle Stand, sie haben sich erstmal dagegen entschieden für Witch, aber die Diskussion fand ich spannend und das ist nicht, das ist nicht gesagt, dass das aus der Welt ist. Also zum Beispiel die Kuhn-Batsch-Witches sind halt Human Wizard und, äh, es klingt einfach auch im Englischen absurd und, äh, jetzt wo du es gesagt hast, ja, klar, also die benutzen einfach immer die englischen Bezeichnungen. Wo wir gerade bei den Bezeichnungen sind, ähm, diese ganze, also dass halt eine Kreatur einen Beruf hat und einen Kreaturentyp. Ähm, und das wird eben im Deutschen mit einem Komma gemacht, im Französischen mit, äh, also und, und im Deutschen, und im Englischen kannst du es halt schön kombinieren. Also zum Beispiel Giant Wizard ist halt auch schön, wenn es klingt, es ist halt ein Giant Wizard, also es ist ein großartiger Wizard, aber es ist auch ein Riesen und es ist auch ein Wizard und im Deutschen musst du eben sagen Riese, Komma, Zauberer. Klar, ne, die Deutschen könnten ein großes Wort draus machen, aber auch dann wäre es wieder schwer für die Regeln sozusagen zu erkennen, wenn es ein Riesenzauberer ist, den Zauberer rauszulesen und den Riesen rauszulesen. Ansonsten hast du halt im Deutschen, was du schon gesagt hast, wirklich viel, viel Text, weil die deutsche Sprache einfach längere Wörter macht und auch durch die zusammengesetzten Substantive und Bindestriche halt auch einfach zu längeren Wörteransammlungen, Buchstabenansammlungen neigt. Hm. Ja, wir haben tatsächlich in unserer Playgroup viel darüber diskutiert, ne, was irgendwie cooler ist und wer was wie spielen will. Und so mein, mein, ähm, Totschler-Argument ist ja, ist einfach immer, dass meine Muttersprache mir emotional zugänglicher ist. Wenn ich ein deutsches Wort höre für Tisch, ja, dann hab ich einen konkreten Tisch, keine Ahnung, vielleicht den Wohnzimmertisch, der in meinem Elternhaus stand oder so im Kopf, ne, aber ich hab plötzlich, ich verbinde sofort ein Bild damit. Wenn ich Table höre, dann findet in meinem Kopf erstmal eine Übersetzung statt und es, wenn ich Table höre, seh ich nicht den Tisch, der in meinem Elternhaus stand. So, dann seh ich vielleicht den Tisch, der in dem Englischbuch abgebildet war oder sowas. Und die, 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 die Muttersprache macht es uns, ja, die, die führt uns in diesen Flavor rein. Naja, aber, und ich weiß, ich hab da auch mit dir drüber gesprochen, Martin, ähm, ich hab da auch mit, äh, Grulex drüber gesprochen, äh, Grüße gehen raus an Alex, unserer Playgroup, dass der meinte, na, guck mal, das ist ein Fantasy-Spiel, was wir hier spielen. Und irgendwie ist Englisch ja auch, ähm, weil's, weil's eben nicht meine Muttersprache ist, auch ein bisschen die Sprache, die ich mit einer Fantasy-Welt verbinde. Und das sind dann die Sachen, die dort drinstehen, die Kreaturentypen und so weiter, die hören sich eben noch Fantasy-mäßiger an, wenn die eben in einer anderen Sprache erklingen, die ich ja trotzdem verstehen kann. Und das konnte ich auf jeden Fall auch total gut verstehen. Ich weiß nicht, wie, wie geht's denn dir, Martin? Ähm, bist du, bist du hin und her gerissen oder, oder bist du schon so, eher so Camp im Original spielen? Ich war eher Camp im Original spielen. Durch Diskussionen mit euch hab ich jetzt eben auch, seit Prohn of L Train, immer mal bewusst auch mit, mit deutschen Karten angeguckt, intensiver angeguckt, mit Arena. Jetzt natürlich auch im Lockdown einfach die Möglichkeit gehabt, die Sprache zu ändern und einfach auch mal zwei, drei Spiele, oder jetzt hab ich's eigentlich auch konstant auf Deutsch gestellt, mit den deutschen Karten zu spielen, dann doch wieder rumzuschalten aufs Englische. Also das ist natürlich ein super Feature von digitalen Spielen. Ich find, ich find auch diese, dieses Argument richtig für mich, dass man sagt, durch diese englische Bezeichnung ist es halt was anderes als der Alltag und man kommt halt in diese Fantasy-Welt rein. Bei gelungenen deutschen Übersetzungen passiert es auch, passiert es auch in meiner Muttersprache tatsächlich. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ob es jetzt nur noch deutsche oder englische Karten geben sollte, dann würde ich mich wahrscheinlich für die englischen entscheiden, weil es einfach für mich auch cleaner und sauberer und manchmal auch mit ein bisschen mehr Pfiff gemacht wurde. Ich sehe aber immer mehr auch die Vorteile von eingedeutschten Karten und ja, freue mich jetzt auch, wenn ich die auf Arena spielen kann. Ja, ja, es ist einfach, es ist, ja, wir leben in beiden Welten, muss man einfach sagen. Ob wir wollen oder nicht, das gilt für uns wie für alle anderen, die über Magic sprechen und Magic spielen, dass wir Dinge benutzen, die aus dem Englischen kommen und die mittlerweile sogar festen Einzug gehalten haben in die Übersetzung. Schön zu sehen, schön abzulesen am Wort Mill, was gerade neu als Keyword, als Keyworded Ability. Oh Mann, ey, ich kann, kommt ja immer durcheinander, geschaffen wurde, Karten von der Bibliothek in den Friedhof werfen. Und das wurde nicht übersetzt mit Malen oder mit Mühlen. Was tatsächlich ein Wort ist. Mühlen? Ja. Ja, ein sehr altes, selten gebrauchtes Wort, das stimmt. Sondern es wurde einfach mit Mill übersetzt, vollkommen richtigerweise, wie ich finde, denn das ist das Wort, was wir alle benutzen, wenn wir sagen, hey, Mill mal zehn Karten. Ist auch im Englischen ja ein Kunstwort in dem Zusammenhang. Ja, genau. Da wird ja auch nichts zermahlen, sondern es bedeutet halt was, weil das eben von Millstone kommt, der ersten Karte, die das benutzt hat, die Mechanismus. Ja, genau. Und dann benutzen wir es natürlich auch gerne weiter, weil es sich jetzt eigentlich auch schon so eingebürgert hat. Die Frage, die wir noch hatten, wie werden eigentlich diese Magic-Karten übersetzt, war uns tatsächlich nicht so richtig klar. Also wir haben natürlich die Vermutung, dass natürlich da jetzt auch nicht kurz vor Release im Deutschen jemand entsetzt feststellt, dass das jetzt noch übersetzt werden muss. Und da wird es schon auch Prozesse innerhalb des Unternehmens geben, die dann halt so eine Übersetzung anstoßen. Und da werden sicher auch Leute mitbeauftragt sein, die das schon regelmäßig gemacht haben. Da gibt es sicher auch einen Guide und ein Übersetzungsmanual, was halt bestimmte Sachen heißen. Aber es kommen halt immer neue Karten dazu und da müssen eben auch immer neue Wörter gefunden werden. Ja, gerade wenn es um diese ganzen Flavor- und Lore-Geschichten geht, das finde ich schon ganz schön schwierig, da nicht komplett daneben zu treten. Und plötzlich, stell dir vor, die Ahnschar, die hätte es irgendwie schon mal gegeben oder die wären in einem Flavortext schon mal aufgetaucht. Und plötzlich heißen sie Ahnsaat und keiner kann sie mehr zusammenbringen und die Geschichte pflückt sich damit total auseinander. Ich will nicht sagen, dass es vielleicht nicht sogar schon passiert ist, aber man muss es den ÜbersetzerInnen schon anrechnen, dass das nicht zu häufig passiert. So, dass irgendwie das komplett wild durcheinander übersetzt wird. Nee. Und dann irgendwie immer eine gewisse Konsistenz hat. Nee, also man erkennt schon auch den Magic-Stil an manchen Stellen. Auch so die Manierismen, die sie sich so in den Übersetzungen antrainiert haben, das erkennt man schon wieder. Und manchmal ist, wie gesagt, auch eine Perle dabei und manchmal ist halt auch ein Fehlgriff dabei. Aber so das Brot- und Buttergeschäft und die durchschnittliche Karte ist eigentlich sehr gut übersetzt und verständlich übersetzt. Also von daher glauben wir einfach mal, dass Wizards da auch gute Leute an der Hand hat, die auch den Ehrgeiz haben, immer besser zu werden. Also ich bin tatsächlich noch dabei herauszufinden, wie es konkret passiert, wie die die Karten übersetzen und habe ganz unterschiedliche Sachen gehört. Die einen sprechen davon, dass Wizards Inhouse Leute hat, die die Karten übersetzt. Andere sprechen davon, dass es externe Agenturen gibt, die das machen, wechselnde Agenturen. Andere sprechen davon, dass es quasi so ein richtiges Ping-Pong-Prinzip gibt und ein sehr, sehr technischer Vorgang ist von Listen und Excel-Tabellen. Keine Ahnung. Ich weiß es, wie gesagt, nicht genau. Wenn ich es rausfinde, werde ich es in einer der anderen Folgen noch nachschieben. Oder wenn Wizards uns hört und die Antwort weiß, gerne Bescheid sagen. Ja, oder jemand, der selber mit übersetzt. Ich habe großes Interesse, auch einfach mal privat mit jemandem zu sprechen, der das macht und gemacht hat und mehr darüber zu erfahren, weil ich es alles andere als trivial finde. Zum Abschluss hast du noch ein paar lustige Sachen rausgesucht. Das Beste kommt zum Schluss. Ich hätte es am Anfang teasern sollen, ehrlich gesagt. Das heißt, wir möchten auf jeden Fall jetzt mit dem oder derjenigen sprechen, die folgende Übersetzung, die Geist gleich nennen wird, übersetzt hat, weil da zeigt sich das ganze Wohl und Wehe der Übersetzungen. Genau, ich fange mal mit ein paar zurückhaltenden, aber schönen Sachen an. Wie gesagt, ich muss sagen, für mich funktioniert es total, wenn die Übersetzungen so sind, dass ich total schmunzeln muss dabei. Denn das ist etwas, was Magic für mich machen muss. Mich unterhalten, mich zum Schmunzeln bringen und ich habe nichts dagegen, wenn irgendwie eine Total Serious Card so übersetzt wurde, dass sie fast schon ein bisschen lächerlich klingt. Das stört mich überhaupt nicht. Es ist eine Qualität. Und das erste Beispiel ist der Royal Assassin. Wie gesagt, ich spreche nicht, was die Karten machen. Ich spreche nur davon, wie sie übersetzt wurden. Der Royal Assassin wurde übersetzt mit Meistermeuchler. Und derjenige, der mir diese Karte zugesetzt hat, der meinte, es funktioniert für ihn total gut, weil er muss dann immer denken an jemanden, der heißt Meistermeuchler. Ja, sowas wie Meister Eder. Ja, sowas wie Meister Eder. Genau, ist der Meistermeuchler. Und wenn man die Illustration sieht, es sieht einfach ein bisschen witzig aus. Schaut euch das mal an. Finde ich ganz, ganz toll. Ähnliches, ähnliche, ähnliche Karte, auch eine schwarze Kreatur, die auch gut als Removal eingesetzt werden kann. Es ist Massacre Girl, was in Deutschland halt nicht Massacermädchen heißt, sondern Massacermädel. Und geht total gut mit diesem Sprachrhythmus mit. Ja, alle Interaktionen sind eh immer gut, ne? Finden wir eh immer toll. Finden wir eh immer toll. So, jetzt kommt eine Karte, die wurde ins Spanische übersetzt und wurde mir ausdrücklich von jemandem als Beispiel genannt, der nicht Spanisch spricht, ja, sondern einfach nur die Spanische Übersetzung witzig findet, weil sie so klischeehaft klingt. Und zwar geht es um die Hall of the Bandit Lord, im Deutschen die Halle des Banditenfürsten. Und ich versuche es jetzt mit einem sehr despektierlichen spanischen Akzent auszusprechen. Das ist der Salón del Señor de los Bandidos. Und die fanden es einfach so witzig. Ich glaube, es war auch eine deutsche Person, die hat, genau, Salón, weil es halt ein bisschen auch wie Friseursalon klingt. Und der Señor klingt halt so wie Guten Tag, wer hat da her? Salón del Señor de los Bandidos. Aber habe ich das jetzt richtig gelernt, dass der Kreaturentyp Lord im Englischen der Kreaturentyp Señor ist? Ich glaube ja. Wirklich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Können wir gerne mal versuchen rauszufinden. Señor, Señor Humano. Also wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Die spanische Übersetzung des Kreaturentyps Lord, also Herrscher, wie wir gerade gelernt haben vorhin, ist tatsächlich Señor. Und Human Lord ist dann eben Señor Humano. Oh, da fällt mir noch was ganz Tolles ein. Ich wollte ja unserem guten Freund, dem Proxy Pierre, schon immer ein ganz, ganz tolles Pierre-Deck bauen. Denn Pierre heißen die ganzen Mana-Rocks, die ganzen Steine. Stein heißt auf Französisch Pierre. Und dem wollte ich mal ein Pierre-Deck bauen. Erinnert mich gerade wieder. Hoffentlich hört er nicht zu. Señor Goblin. Nee, Señor Trasco leider. Hervorragend. Gut. Okay, weiter geht's. Jetzt wird's ein bisschen pubertärer. Und zwar Sage is Dowsing. Sage is Dowsing. Wurde im Deutschen so schön übersetzt mit Bespritzen des Waisen. Das, was ist das denn im Deutschen? Also was passiert denn dem Waisen im Original? Dem läuft was aus der Nase. In der Illustration kommt eben der Zauber aus der Nase geflossen. Oder es ist wie so eine Hand, die ihm in die Nase reinfährt. Man kann's nicht so richtig genau erkennen, aber er wird, er wird nicht so richtig, also als würde er so gelöscht werden. Neutralisierenden Zauberspruch. Das ist ein Counter. Das ist so, der, der, der brennt, der brennt auch so ein bisschen, ne? Der brennt in der Illustration, diese Kreatur. Und dann wird er so mit Wasser bespritzt und neutralisiert. Die Mera und ihr Einmischensein verflucht. Seitdem ich in der Nähe des Flusses bin, kann ich noch nicht einmal mehr niesen, ohne gleich total durchnässt zu sein, sagt Aschewine, die Pilgerin. Auf ganzer Linie ein Erfolg, diese Übersetzung. Okay. Es wird noch pubertärer. Und zwar geht's um die Seed Cradle Witch. Das ist die Samenschaukelhexe. Natürlich. Das ist die Samenschaukelhexe. Lass uns kurz pubertär in uns hineinkichern. So wie die Samenschaukelhexe auch. Ach ja. Anderes Beispiel noch. Atrios, God of Passage. Habe ich ja ein Commander Deck, ne? Vom Gott der Überfahrt. Gott der Überfahrt. Ahoi. Reinschifffahrten mit Atrios. Atrios. Reinschifffahrten. So, jetzt ganz, ganz toll. Der Myr-Superion. Superion. Myr-Superion. Superion. Der Über-Mir. Der Über-Mir. Wo? Oh, ich kann nicht schlafen. Der Über-Mir, der ist schon wieder so laut. Schön. Dann, der Spiritmonger hat eine witzige Übersetzung. Der wurde nämlich übersetzt mit Röhren der Reliops. Schöne, schöne Alliterationen. Aber der Reliops, Reliops an sich, heißt rückwärts gelesen. Spoiler. Ha. Nicht schlecht. Ja. Ja, einfach mal ausgedacht. Ich hatte jetzt diesen Mobs von L'Oriot so ein bisschen im Bild. Der sich zum Elch zurückentwickelt. Aber gut, der Reliops, ja. Das klingt nach jemandem, der beim Podcast Wasser trinkt mit Kohlensäure. Dann einer unserer Übersetzungs-Wins aus Sendikar. Nichts sollte nicht unerwähnt bleiben, der Morasa Root Grazer. Der Wurzelgrazer aus Morasa. Schön. Hat beim Pre-Release hat beim Pre-Release im Spieleladen sofort für einen Schmunzler, für einen lauten Lacher erzeugt. Und hat direkt hier, guck mal, schau mal, wie der heißt und hat gleich das Spiel gestaltet. Ne, man hat sofort was gehabt, worüber man sich ein bisschen lustig machen konnte. Ganz cool. Und für die, die jetzt fragen, huh, Release im Laden, Sendikar Rising, ja, Geis war beim Pre-Release dem einzigen, was stattfinden konnte in dieser Pandemie unter verschärften Bedingungen. Ne, ich war bei zweien. Ah, bei zweien, okay. M21, bei M21 war ich auch im Laden. Also ja, das ging und da wurde anscheinend herzhaft... Zu sechst waren wir da. Herzhaft gelacht hinter der Plexiglasscheibe, über die Wurzelgrazer. Durch die Maske wurde herzhaft in die Plexiglasscheibe gelacht, genau. Und dann gibt es einfach noch so viele schöne Beispiele, wo es funktioniert, wo die ÜbersetzerInnen kreativ waren, wo sie sich was getraut haben. Und eine davon ist der Shark-Typhoon. Der im Deutschen so schön heißt, der Haifun. Ist so super, das ist echt toll. Der Haifun ist wirklich super. Ja, ist perfekt. Es gibt auch niemanden, den ich kenne, der sagt, na, so was für ein Quatsch. So, aber man kann auch nicht erwarten, dass aus jeder Karte so ein kleines Übersetzungskunstwerk wird und so ein, ja, Witz, wie Freud es bezeichnet hat. Good luck, Haifun. Danke. So, schickt uns eure Beispiele auf Twitter an at tasty unterstrich mtg und wir kredenzen uns jetzt einen Nachtisch. Was gibt's denn, Martin? Ich habe, natürlich passend zu unserem Podcast, einen Tassenkuchen gemacht. Ja, unser Logo der Tassenkuchen. Muffin. Muffin. Räger Muffin. Räger Muffin. Räger Muffin ist übrigens eine Magic-Karte. Wirklich? Warte, jetzt warte mal. Jetzt muss ich gucken. Jedes Mal denke ich mir auch. Wenn du das sagst. Ja, guck mal nach. Räger Muffin, doch hier, Räger Muffin. Mit Y natürlich. Ja, genau. Mit Y geschrieben. So wie die Binder im Deutschen mit Y geschrieben werden, damit es nicht aussieht wie Binder. So, und im Deutschen kennt man es aber eher als das Gassenkind. Räger Muffin. Ist ja so ein bekannter Ausspruch aus der populären Musik. Gassenkind. Gut. Ja. Das sollte nicht unser Nachtisch sein. Sondern. Aber Martin, du hast einen kleinen Nachtisch rausgesucht. Einen sehr, sehr schön passenden. Ach so, ja, ich habe einen rausgesucht. Und zwar gibt es einen schönen Twitter-Account, der passend zu unserem Podcast Übersetzungen anbietet. Und zwar Übersetzungen, die mehrmals durch Google Translator gejagt wurden und dann die Magic-Karte so verunstalten, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, was die eigentlich macht. Und das ist der schöne Twitter-Account Rosewater Stone in Anspielung auf Mark Rosewater natürlich. Und jetzt muss ich scharf überlegen, den Rosetta Stone, der natürlich, kennst du natürlich Rosetta Stone? Diese alte Tafel, mit der man dann alte Schriften entziffern kann. Und da gibt es eben ganz tolle Karten, die eben einmal durch Google Translate gejagt wurden. Hast du es gerade noch offen? Sollen wir mal ein Beispiel sagen? Ja, sag mal ein Beispiel. Also, wir haben hier zum Beispiel, haben wir uns vorhin angeguckt, Hannah O. Johannes für vier und zwei blaue Employees. I am free from death. I am dead macht die Karte für vier und zwei blaue Mana. Ja, und Reminder-Text für alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist. In the meantime, you can add ginger and three more cans. If necessary, mark it as a label. Und dann macht die Karte, then lay the bottom on all sides. So, wir verlinken euch die Karte. Könnt ihr gucken, was die wirklich macht. Und so gibt es eben ganz viele tolle Beispiele von Karten, die unverständlich ... Ich hab noch eins. Ja, mach mal. Vesuva ist ein Land. Wird hier übersetzt mit do not wear clothes. Karten-Typ on earth. Und mit dem Regel-Text. The Vespa can reach anywhere on any battlefield. Flavor-Text. You're here. Also, das finde ich ... Es sollte einfach mal ein Set rauskommen, nur mit diesen Karten. Keine Menge. Ich muss gerade noch mal den Flavor-Text nachschauen. You're here war ursprünglich mal ... It is everywhere you've ever been. You're here. Wenn das nicht eigentlich die echte, richtige Übersetzung sein sollte. Schön. Ja. Ja. Damit wären wir eigentlich am Ende dieser Folge, aber bestimmt nicht am Ende dieses Themas, weil das wird uns bestimmt auch noch mal beschäftigen. Und da wird es sicher noch eine zweite Folge dazu geben. Und vielleicht auch eine dritte. Ey, es macht mir tierisch Spaß. Ich bin ein großer Fan der deutschen Übersetzungen. Ich spiele ... Ich kaufe mir meine Booster-Packs auf Deutsch. Ich versuche mir meine Commander-Decks auf Deutsch zu kaufen. Ich versuche Karten, die ich, keine Ahnung, in meiner Wands-Liste habe, auf Deutsch einzustellen. Und mache dann nur ab und zu mal Ausnahmen. Denn deutsche Karten sind ja meistens immer ein bisschen teurer. Haben aber dafür, wenn man sie im Booster zieht, auch ein bisschen höheren Wiederverkaufswert, weil es einfach nicht so viele davon gibt, aber sehr, sehr viele deutsche Magic-SpielerInnen, die das auch offenbar ganz cool finden, mit deutschen Karten zu spielen. Und jetzt wollen wir natürlich hören, was eure Meinung dazu ist. Schreibt's uns. Den Twitter-Händler habe ich schon genannt, aber ich werde nicht müde, ihn noch mal zu nennen. At tasty-mtg. Und da will ich einfach witzige Beispiele hören und die ernsthaftesten Meinungen zu dem Thema, bitte. Ja, und gerne auch als Kommentar oder als Kommentar bei iTunes oder wo auch immer ihr das gerade hört. Das freut uns auch. Und ja, ich glaube, ich spiele jetzt mal eine Runde Arena auf Spanisch. Das kann man ja auch machen, um vielleicht auch seine Spanischkenntnis ein bisschen aufzubrechen. Mit dem Señor Hermano. Oder Humano. Ja. Schön. Wunderbar. Schick mir einen Screenshot. Das war wieder eine sehr schöne Folge mit dir, Geis. Und ja, wir versuchen, dass wir uns bald wieder hören. Das war Tasty MCG für diese Ausgabe. Habt's gut und macht's schön. Bis bald. Tschüss. Das war Tasty MCG. Bis zum nächsten Mal.